Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum neuen community server und zwar habe ich mir jetzt auch schon so einen Horst Seehofer geholt, ich habe ihn auch schon Horst Seehofer genannt, bleib doch mal hier, bleib doch mal hier, da, guck, hier, Horst Seehofer So ein Alias oder wie die auch immer heißen, so habe ich mich auf jeden Fall auch gegönnt, ja, habe ich mir hier hinten geholt, ich kann mal kurz zeigen, wo ich mir den geholt habe Oh, bist du denn, Horst Seehofer Er macht immer sein eigenes Ding Der Horst, ne, so, okay, wir gehen kurz rüber, zack Ich bin nämlich hinten hingeflogen, kurz gucken, ich fliege mal ein bisschen langsam auf, weil es Horst noch zur Mitte kommen wird, Horst Wo bist du denn? Ach, da bist du okay Auf jeden Fall war ich hier hinten bei den Hatern, bei den Hatern und hier unten, hier unten war er dann drin Da unten war der drinnen und da habe ich ihn wieder rausgeflogen, ich sehe gerade mal Viele Hater, die haben mir richtig Bock, die haben gerade richtig Bock Die haben gerade richtig Bock, so Wo ist Horst, Horst, da ist Horst, okay Horst braucht man ein bisschen Das ist aber nicht so schlimm Horst kann noch ein bisschen mehr Zeit gebrauchen Die ist noch der, äh, der Penis Auf jeden Fall, was mich ein bisschen ärgerlich ist, ist ja, dass die, dass die Fische hier leider nicht mehr Im Leben Hier sind ganz ein Kirschbaum auf jeden Fall immer noch Kirschbäume Kirschbäume, 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 Kirschbäume Das ist natürlich auch schon wieder Ach man, muss die Horst wieder suchen Horst Davon, der Flieger doch, irgendwie Okay Da war noch, okay, Horst, wir landen jetzt langsam kirschbeumel glaub ich sie hat sich nicht wirklich was getan vom ding her ich hatte noch mal eisengrohle hingestellt vor ein paar tagen der ist aber auch nicht mehr da wo ich hier hier ist ihr aus hier ist von fabien der horst durch mein horst wenn ich fahren vorerst jetzt ein anderer horst ist egal irgendwann wird schon wieder auftauchen in der zeit hatte ich immer noch eine runde rum und zwar gibt es hier hinten gibt es nämlich auch noch was zu gucken jetzt sind wir jetzt noch eine das war eben sehr komisch das ist was macht alter verdammt man muss echt schlimm wenn man so ein hoher soll auf jeden fall ist jetzt kommt mit so jetzt auf jeden ort sind kuchen gebaut wie sowas nicht nicht immer sterben du fisch so sie gegen gestellt weil nämlich die fabienne draufgegangen ist bezüglich weil sie vom picklet getötet wurde und sie ist hier in den nether reingegangen ich gehe da mal nicht rein weil es kommt nachher horst nicht mit und kommt horst auch nicht wieder raus aber horst ist ein bisschen paddelig glaube ich horst geht da nicht rein fuji aus horst schon wieder mann mann ja ansonsten hat sie hier nicht so richtig viel getan ich glaube bei sie hat sie auch nicht so wirklich viel getan sagen wir haben jetzt auch ein horst seehofer jetzt kann ich sagen habe auch ein horst horst ist ein fisch drin hier hinten war das irgendwo ist ich glaube irgendwo irgendwo hier hinten oder da vorne war das mit dem haus dann sich ja auch noch so ein teich wo ein paar andere dinger vier hier drin waren jetzt war da hinten auf jeden fall was wir müssen dann kurz noch mal hinten weil hinten war das nämlich hier hinten wohl wo die einen noch hier vorne waren weil auch überlegen vielleicht auch irgendwo mal hatte rein zu pflanzen das musik ist mal finden die otzelot genau die otzelot war das hier drin ja hier drin müssen ja auch einfach zwei finden wo es komfort gemacht also wir ganz okay gut was wo bist du hast was machst du noch schon wieder und ja wir müssen dahin aber das heißt es nicht dass oder kommen ich werde langsam wegfliegen was probieren wir einfach langsam zu folgen hast du hast die horst die horst die horst die horst kommen kommen von posten ja rein auch was die creeper fahrer glaube ich auch noch kurz mal hin da sie ist nicht so viel getan ich glaube sogar nicht neid war oder sowas ups ja hier ist auf jeden fall noch was drin wenn ich hatte mal keine raketen aber dann gehe ich auf jeden fall noch hin vorst ja so ist das manchmal mit horst man hat einfach manchmal keine ruhe weil ein horst da einfach freundlich am frieden liegen ist oder sowas ja das haben wir das community update ich habe jetzt auch einen horst horst seehofer ja wir können schon unbedingt mit 70 mal gucken aber mehrere von den haben kann konnte man die ich glaube ich soll das mal geben dass man die auch irgendwie hat paren kann oder so bezüglich mit musik und sowas und ich werde einfach mal schauen vielleicht hole ich mir ein paar mehr davon dann habe ich so eine richtige horst army dann komme ich ja und sage ich habe eine horst ja okay ich bedanke mich ganz sicher euch fürs zuschauen wünsche einen schönen tag und bis zum nächsten mal muss ich jeden fall auch schon sagt hier direkt gewolle tschüss